Vor drei Wochen einen Aufruf gestartet. Werte Zuschauer, zu Hause schicken Sie Ihren Glücksmoment. So immer wieder sonntags werden Sie Teil der Sendung. Und Sie haben uns ganz zahlreich wunderschöne Videos geschickt. Ihre Glücksmomente in den letzten Tagen, bitteschön. Unser größtes Glück diese Woche ist, dass wir uns endlich nach Aufhebung der Kontaktschwerke wieder treffen konnten. Und dass wir unsere Männer im Rommee besiegt haben. Das haben wir sehr und trotzdem zu Hause angekommen. Ich hatte in den letzten Wochen sehr grosses Glück. Ich wollte mit meinem Gleitschirm auf einer Wiese landen. Habe dann aber gemerkt, dass ich viel zu hoch bin. Da stand ein Wald und eine Holzhütte. Es gab kein Zurück. Ich habe dann rechts eingeschwenkt und habe da glücklicherweise eine schöne Landewiese am See gefunden. Ich hatte nicht nur Glück, ich hatte ein riesiges Schwein. Einen Applaus, bitteschön, für unsere immer wieder Sonntagsfamilie, die auch gerne mal Schwein haben oder eben auch Glück haben. Ja, ich habe schon gesagt, er ist eigentlich unser immer wieder Sonntagsglücksbote auf italienisch und romantisch und mit viel Amore verbunden. Und ich bedanke mich, dass du wirklich ein ganz fester Bestandteil mittlerweile bist von unserer Sendung.